Hallo und herzlich willkommen zum Börsen- und Finanztalk von MM Warburg & Co. Mein heutiger Gast ist Dr. Christian Jasper Neite, langjähriger Chief Investment Officer und wirklich ein profunder Kenner der Banken- und Finanzszene. Alle reden vom Brexit wie auch, der Vertrag ist ja mit krachender Mehrheit abgelehnt worden. Was war Ihr erster Gedanke? Mein erster Gedanke war im Prinzip genauso wie man es erwartet hatte, und noch extremer, noch mehr Abgeordnete haben sich dagegen entschieden. Das war eigentlich die Überraschung. Das Ergebnis an sich okay, aber die Mehrheitsverhältnisse, die waren sehr überraschend, dass es so eindeutig war. Wie gehen denn die Märkte jetzt damit um? Die Märkte scheinen da relativ entspannt mit umzugehen, weil das Ergebnis ja dadurch nicht anders wird, dass nochmal 50 oder 60 Abgeordnete mehr sich quasi kritisch geäußert haben und eigentlich sind ja auch alle Szenarien immer schon mal durchgespielt worden. Das ist ja nicht wirklich was Neues. Was jetzt passiert ist, hat sich seit Monaten, wenn nicht seit Quartalen abgezeichnet vom Prinzip her und damit waren die Märkte heute eigentlich auch ganz unaufgeregt. Lustigerweise haben britische Mid- und Small Caps, die eigentlich, sag ich mal, sogar Brexit-kritisch aufgestellt sind bezüglich ihres Geschäftsmodells, sogar anfangs ein bisschen gewonnen. Wo man eigentlich schön daran erkennen kann, die Märkte haben im Vorfeld ja schon so gut eingepreist und erst kommentiert, dass der Überraschungseffekt heute eigentlich gar nicht da war. Ist der Finanzplatz London jetzt Vergangenheit? Nein, da gibt es so viele Fähigkeiten, so viele Qualifikationen, so viele tüchtige Mitarbeiter in so vielen Wertschöpfungsketten, da kann man gar nicht drauf verzichten. Und wenn sich der regulatorische Rahmen ändert, wird man da juristische Lösungen für finden, aber man wird jetzt nicht versuchen, diese sehr kompetenten Bereiche im Asset Management und in anderen Bereichen nach Frankfurt oder nach Dublin zu verlagern. Man wird Teilbereiche verlagern müssen aus regulatorischer Sicht, aber dort, wo die echte Wertschöpfung entsteht, das bleibt in London, weil da die guten Leute sind. Spüren wir denn das, sag ich mal, als Mitbürger? Den Brexit hat das Auswirkungen für uns alle? Ich würde sagen, nein. Es kann sein, dass einige Güter hier und ein kleines bisschen teurer werden, aber es wird ja kaum von England, von Großbritannien nach Deutschland im großen Maße exportiert. Eigentlich ist es ja andersrum. Und da ist es aber so, dass eigentlich schon die deutsche Wirtschaft vor ungefähr zwei Jahren angefangen hat, ihre Exporte von Großbritannien in andere Länder zu verlagern. Wenn Sie mal schauen, wo die Wachstumsraten im Moment noch sind, wo haben wir noch Wachstum deutscher Exporte? Das ist Frankreich, das ist USA, das ist China. Großbritannien wächst seit zweieinhalb Jahren nicht mehr. Da sieht man, die deutsche Wirtschaft hat schon kapiert, dass da was passiert, hat sich schon umorientiert. Also eigentlich ist auch das schon eingepreist und verarbeitet. Aber viele deutsche Unternehmen haben doch tausende von Arbeitsplätzen in Großbritannien. Ja, aber die werden möglicherweise sogar erhalten bleiben, weil natürlich Großbritannien trotzdem Interesse hat, mit anderen Ländern sehr schnell wieder Handelsverträge aufzuarbeiten und auszuarbeiten. Und da gehört Amerika dazu, als natürlich sehr wichtiger, präferierter Handelspartner von Großbritannien. Und dann wird man das vermutlich so lösen, dass dann die Produkte, die quasi aus Großbritannien kommen, von deutschen Firmen, primär dann erstmal nach Amerika exportiert werden. Also quasi, jetzt mal als Beispiel, die Minis, die noch in Großbritannien produziert werden, die gehen nach Amerika. Und die Minis, die in Holland produziert werden, die kommen dann nach Deutschland. Da kann man Produktionsströme verlagern, sodass das für alle Beteiligten immer noch ganz gut funktioniert. Blicken wir mal in die Zukunft. Verliert Großbritannien an Bedeutung? Ich würde die Frage am Ende mit Ja beantworten. Vor zweieinhalb Jahren hätte ich vermutet, die können was daraus machen. Das könnte so eine Art Singapur in der Nordsee werden, wo man sich im Prinzip nochmal ganz neu positioniert, neu erfindet, sich dereguliert aufstellt als attraktiver Standort für Unternehmen. Das war eigentlich meine Hoffnung, dass man eigentlich aus dieser misslichen Lage noch was Positives macht. Und das hätte man noch hinkriegen können. Wenn man jetzt aber sieht, wie Großbritannien mit diesen Verhandlungen umgegangen ist mit der EU, wie dilettantisch man vorbereitet war, dass man auch gar nicht verstanden hat, wie die EU tickt, also eigentlich eine Art Offenbarungsleid abgeliefert hat, wie man politisch gestaltet, das war so schlecht, da bin ich jetzt doch skeptisch, ob man dann die Herausforderung wirklich annehmen kann, um nach vorn heraus aus dem Land noch was Positives zu machen. Also deswegen würde ich inzwischen vermuten, ja, es wird einen kräftigen Bedeutungsverlust geben. Vielen Dank für Ihre Ausführungen. Tschüss und auf Wiedersehen. Sie machen ja auch keine Herausforderung. Ja, es wird eine Herausforderung. Sie werden auch nicht DVDs mit Freiwilligen.